Magisches Willkommen in Hogwarts Wir spielen die Jahre 1 bis 4 von Lego Harry Potter Willkommen euren Freunde zurück zu Animal Crossing Ich meinte zurück zu Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 Im letzten Part haben wir den Spiegel, ja Gebäck Warte, ich muss mal eben gucken wie der ausgesprochen wird So, Harry Potter Nehegebäck Wie spricht man den aus? Nehegebäck Nehegeb 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 Nehegebäck Boah, Junge, was mit dir Du bist gleich weg vom Fenster hier Alter, schreit ich mich da voll Was ist eigentlich mit dem da falsch? Warte, auch nicht Weiß ich auch nicht So, weiter geht's Oder müssen wir da her? Weiß nicht, da leuchtet es doch schon wieder Ich versteh diese Leuchter da nicht mehr Ich kann mich an die nicht erinnern Wirklich nicht Oder sind das eigentlich Oder sind das einfach die Pfeile, die Dann irgendwie Buggen Die dann buggen Hey, hey Oh ne, muss ich Och ne, nicht schon wieder zu Hagrid Ich war doch schon bei ihm Ach, verbotener Weiß könnte jetzt kommen Ja, okay Das könnte sein Hagrid Och, muss ich den Typen da retten, oder was? Naja, wenn ich schon mal da bin, da You must so Oh Peng, peng Hier, bitteschön Da 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 Oh, jetzt bin ich dafür drin Super Ich hab's doch weggemacht hier Weiche von mir Was macht eigentlich da unten Snape schon wieder? Herr Snape? Ach, das ist gar nicht Snape Das war gar nicht Snape Hahaha Oh Hahaha Alter Was soll das denn? Ich hab das gesehen, du kleiner Frechtax Jaja, lauf mal lieber weg Mann, 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 Mann Was ist denn mit denen da da? Naja, mit euch kann ich eh nichts machen Super, guck mal, Herr Hagrid Ich hab dir bisschen Regen geschenkt Ich hoffe, dir gefällt das Mir auch So, dann gehen wir mal hier rein Ne, ich geh als erstes Hagrid Ladies first Ich bin der Auserwählte Was ist das denn? Und das arme Ahlenhorn Oh, das arme Ahlenhorn die ganzen level hier im verbotenen weiten hat die macht ja auch nie das waren da hat das waren immer nervige level wirklich dann fühlt sich die nervigsten level meines lebens das spiel hätte so schön sein können aber ohne den verbotenen wald bitte ich glaube ich muss mein bildschirm irgendwie heller machen ich sehe fast gar nichts oder ich gucke auf dem stream äh dings wups das ist ein bisschen heller auf dem laptop wuff 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 fang hier lauf weg so wir müssen der potter retten ich bin natürlich wieder die coole hermine alter ich kann das nicht weg machen kannst du expulso ne tatsächlich auch nicht ok ok dann lass mal lieber weg laufen da ist ein schüler außer dem gefahr als ob als ob hier ein schüler ist das fass ich ja jetzt wirklich nicht dass da ein schüler ist achso ne ihn wollte ich jetzt nicht hier alter äh ah geh weg ich hab kein expulso so a a und a so was haben wir hier super so weg mit dir da hinten was gibst du mir du gibst mir gar nichts das war ja irgendwie klar was regen dann wächst da alles schön sehr schön ist das eine fitze oder was ist das ja müsste glaube ich eine fitze sein so oh 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 gott ich bin geflogen aber nicht daher wo ich her wollte würde eigentlich auf dem baum irgendwie drauf bin aber irgendwie zu schlecht gerade ne hä hä warte ich geh hier nochmal gucken da hinten hätten wir auch Sachen da komm ich aber nicht hin ah doch komm ich sogar ne komm ich nicht hin mit dir 1 zu 3 okay okay so du gehst mal bitte weg du nährst mich okay da muss ich wohl doch mit fangen wo ist der denn weiß ich nicht wo der Hund ist ja ich weiß aber wie wie soll ich hier an Fang kommen ne ich keine ahnung okay fang dann buddel halt aus mein gott ach geh weg wuff wuff ja mach das das hast du super gemacht so was hat das jetzt gebracht gar nichts oder bin noch nicht so sicher ich komm da nicht hoch ey oh da schon wieder ist wie ich man ey geh weg wieso boah alter konnte ich die scheiße da oben nicht früher weg machen ich verstehe das nicht ah doch kann ich wusste ich doch irgendwas muss das ja geben so jetzt können wir hier in Ruhe bauen ey was heißt hier bauen ey bei Orch nicht wuff 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 ja ich weiß wuff 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 so ich versuche ja ich glaube ich muss dich da hoch kriegen sollen wir es probieren ja komm mal her Hund Hund wo bist du hier bist du okay so ne ich kann ihn da nicht steuern ich wüsste grad nicht wie ich mit ihm da hochkommen sollte Leiter kannst du lol ob der die Leiter hoch laufen kann das halte ich ja hier schon wieder für ne Lüge ne und was für ne Lüge ey was sind das denn für Dinger Gnome oder nicht auf jeden Fall irgendwas womit wir hier hochkommen ja komm mein Gott ey so die Würmchen geht mal bitte weg so zwei sorry Hagrid du warst im Weg hier können wir springen oh Gott oh 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 von gut bin ich schon mal da da kannst du hier Luma Zune machen hä hallo super und hier direkt auch so oh dahinten haben auch noch was hier auch ich Hermine komm bitte ach ne jetzt hast du auch den falschen Zauberspruch ach man 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 wo ist eigentlich deine Kumpel Hermine weißt du nicht ne okay macht nichts macht nichts macht nichts soll ich hier mal den letzten sehr schön ach da ist ja schon wieder so ein Feed woher kommst du denn jetzt schon wieder ach da oben hab ich nicht gesehen peng ich weiß gar nicht mehr wie der Zauberspruch heißt mit dem Leuchtsignal haben sie ja im vierten Teil öfters benutzt für Dingsies für das Labyrinth Fleur Delacour so und den vierten Teil den müssen ich eigentlich auch mal wieder sehen den hab ich echt lang nicht mehr gesehen war halt glaube ich auch für mich persönlich der schlechteste Teil aber der war nicht schlecht aber ich würde den trotzdem mal irgendwann wieder sehen weil ich den so selten schaue vielleicht deswegen so da ja du bist mir halt manchmal im Weg weißt du und ich werd hier schon wieder angegriffen merke ich gerade alter Schwede ey das ist hier alles nervig so wie ein Stock weg mit dir so den hab ich nicht getroffen macht nichts wir holen uns hier noch die Punkte sehr schön sehr sehr schön also oben da waren noch diese anderen Dinger so jetzt brauchen wir wieder Lumos was ist das denn jetzt hier achso die rollen nach unten ja ich komme sofort Harry ich bin gleich da gleich okay aber erstmal möchte ich mich jetzt hier um den Raum hier kümmern damit ich hier so schnell nicht nochmal hin muss so peng 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 bam bam da 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 oh ich finde es auch gut dass hier in Harry Potter nicht in dem Teil Lord Voldemort vorkommt das fand ich echt cool Teil 4 ach ja doch Teil 4 kam er am Ende vor Teil 5 kam er achso er kam glaube ich nur in Teil 3 nicht vor glaube ich ne ich überleg gerade Teil 2 war ja in junger Form da Teil 6 war ja Teil 6 dabei oh ich weiß das gerade gar nicht ob er in Teil 6 dabei war ich meine nicht ich glaube auch nicht ja ja wuff 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 ja 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 wir machen das schon Teil 6 war er dabei ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern ich meine ich meine echt nicht Teil 4 war der Anfang mit dem Dings mit dem komischen Haus und wo dann Barty Klauen Klauen oder wie der Typ hieß war oh Gott da geht's runter da will ich eigentlich nicht runter oh da oben kommen wir noch ach da oben ist ein Teil oder zwei so super äh Fang kann ja wieder bisschen Grabigabi machen und Termine kann wieder Zaubi Zaubi machen so Barty Crouch so hieß er Crouch ähm ne Barty Crouch worauf wollte ich noch mehr achso wegen Hell oh nein ich tu schon wieder Alter boah nerven mich die mach das da hinten weg bitte mach das weg hallo du sollst bitte das hier weg machen danke so dann los deine Chance Hermine lenkt ab lenkt ab Teil 5 war dann diese Bahnhofszene am Anfang Teil 6 ach Teil 6 da war Horace Lackhorn am Anfang Stimmt Stü ne war es Teil 6 ja doch 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 war es Teil 6 war das stimmt aber war nicht auch der Lowes Ampitch irgendwann in deiner Schule als dann Slughorn schon da war ne kann nicht sein ne ne ich glaube ich hab ne andere war irgendeine Szene hab ich in Erinnerung wo er richtig Angst hatte äh hallo Hermine ich brauche deinen Lumos Zauber stimmt Teil 6 war der Anfang mit Slughorn und so mit der Bahnstation ja ja ok ich I I am remember me Teil Teil 7 war es dann wo dann die Muggeltante da gestorben ist die Muggel äh Lehrerin Professorin guck mal mein Gedächtnis ist doch nicht allzu schlecht ich hab mich wieder erinnert Leute ich hab mich wieder erinnert so gehen wir mal hier runter meint ihr ne gleich hier ah guck mal hallo Teufelschlinge ich hab hier Licht ne ok dann nicht was mach ich hier ok dann mach ich gar nichts oh Gott wir brauchen wieder den Hund hier so ah jetzt jetzt können wir was machen ach Hermine Brücken schwimmen sehr schön so weg damit oh hier haben wir ein Dings das kann Hagrid machen wofür brauchten wir den oder war das ach ich glaube die mussten wir in den Teich tun oder ich überleg gerade mach mal hier Wingardium Nivosa so ab in den Teich genau das war das damit die Fische nicht sterben sehr schön sehr sehr schöne Idee so super haben wir ein zweites Teil aber da können wir noch nicht dran dann brauchen wir nochmal Fangi so grab mal hier mal bitte was ich dachte da kommt so ein Sprungbrett raus naja egal es ist echt dunkel ne so was passiert da achso da geht der Weg dann hoch und wie wie kommen wir da nochmal hoch oh Gott müssen wir jetzt hier komplett außen herum gehen oder was halt ich ja hier schon wieder ja tschüss Biene oh Gott ist sie hochgekommen ne ist sie nicht oh Gott ich wäre fast wieder runtergefallen so peng peng komm ich möchte endlich mal hier Harry erreichen hallo ist er hier wie hier was oh die Blume ist da im Weg jetzt aber oh ich würde sagen wir gehen aber erst mal hier oben kurz die Sachen holen wenn sie leuchtet achso das kann ich immer noch nicht benutzen stimmt 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 na haben wir auch was oh jetzt sind wir über den Baum gegangen also gefühlt komme Harry nicht so wirklich näher so wäre jetzt meine Vermutung so da ist aber noch was so peng tut mir leid dass ich immer peng sage aber irgendwie passt das zu Harry Potter ein bisschen könnte natürlich auch super einfach sagen super 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 aber peng ist bisschen kürzer oh Gott ne ich wieder rüber danke und dann Lumos Solem tadaaa bim weg mit euch weg mit euch für alle die nicht wissen wieso Lumos Solem Lumos Solem ist heller ähm ist so hell wie die Sonne angeblich und ja deswegen Lumos Solem so hier bitte hui 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 das ist natürlich keine Sonne sondern eher Lumos Lumos Solem ist nur wenn ich angreife eigentlich zumindest hier im Spiel so dann zaubern wir mal hier eben das hier zusammen was das auch immer wird das wird ne Blume okay ne hallo hallo weg mit euch so weg mit hallo ist er hier ist eigentlich das hier für ein Viech ach Maulwurf ein Maulwurf in der Zaubererwelt aha was es nicht alles gibt hallo ich kann hier gar nichts machen Thema hier super schon besser so da oben haben wir nur das so und da denn das sind ja Teufelschlägen stimmt dann müsste das doch Lumos Solem sein in der Zauberin Programme Petri du in der Zauberin g appropriate Der wird abgeschlossen, Leute. Wir haben zwei Wappen. Super. Ist in Ordnung. Ich glaube, das sind wir nicht. Oha. Ich meine, wir hätten schon viel gemacht. Okay. Okay, okay. Ich habe so viel übersehen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ach, ne. Ach, ich glaube, das mit Filch zählt noch dazu. Stimmt. Ja, okay. Da habe ich echt nichts gemacht. Aber im Wald habe ich viel gemacht. Ja, Leute. Das war es wieder mit einer knackigen Folge Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein. Bis dann. Euer Kamito. Tschüss.